Alles über einen Kamm, der Rhodesian Richback-Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zum Rhodesian Richback-Podcast, Kamm-Podcast. Daniel, wie heißt der noch? Oh, shame on you. Alles über einen Kamm. Alles über einen Kamm. Oh, es ist so ein geiles Wortspiel, ne? Ich hab's auch vorher noch nie gehört, dieses Wortspiel. Ernsthaft nicht? Nein. Alles über einen Kamm scheren? Hast du geklaut? Ja, alles über einen Kamm scheren schon, aber nicht im Zusammenhang mit Richbacks. Hab ich dieses Wortspiel noch nie gehört. Ja, das ist ja auch unser Alleinstellungsmerkmal, Christine. Willkommen in der modernen Welt. Hallo. Es muss halt einfach sexy sein. Also der Name eines Podcasts, einer Marke, einer Brand muss halt einfach sexy sein, damit man im sogenannten Relevant Set landet. Das heißt, wenn man jetzt an Podcasts denkt, so unsere lieben Zuhörer zum Beispiel, wenn die sagen, ich hab heute Lust auf einen Podcast, dann haben sie meistens zwei bis fünf Lieblings-Podcasts und das wäre dann das sogenannte Relevant Set. Und daraus sucht man sich ganz aus und da hoffen wir, auch mit dem Namen und unseren lieblichen Stimmen, dass wir da ganz oben landen. Ich war voll abgelenkt. Entschuldigung. Ja, gut. Parker hat getrunken und ich hab auch Durst. Ja, Parker hat gerade diniert. Sehr gut. Hat's geschmeckt. Ich weiß nicht, ob man das hört dann. Ja doch, ich glaube, so leicht hört man das dann schon. Das versuche ich dann noch drin zu lassen in der Aufnahme. Aber ja, alles über einen Kamm scheren. Ich bin immer noch sehr stolz auf dieses Wortspiel. Ich find's geil. Ja, find ich auch. So, weil die Leute dann fragen, Rhodesien Richback, Richback, ja, Rich. Rich ist ein Kamm und Beck ist ein Rücken. Kammrücken. Ja. Rhodesischer Kammrücken. So. Können auch einfach mal Anglizismen rauslassen in einer Folge und müssen dann immer Rhodesischer Kammrücken sagen. Ja. Aber gut. Gut, genug davon. Vielen Dank für das Willkommensagen an unsere Community, Christine. Sehr nett. Freut mich. Ja, ich bin immer noch am Üben, wie ihr merkt. Nee, mittlerweile bist du einfach, aber das hatte ich dir ja schon mal in irgendeiner Folge gesagt, also du giltst für mich als professionelle Podcasterin, du machst das gut. Das sieht die Community aus. Ja. Danke, Community. Wenn das nicht mein eigener Podcast wäre, dann würde ich den abends auch im Bett so zum Einschlafen hören, zum Einschlafen. Ja, das habe ich ja schon öfter gehört, dass ich eine einschläfernde Stimme habe. Ja, aber das ist ja nicht, also ich würde es jetzt mal nicht negativ sehen. Das ist sogar sehr schön, weil das tatsächlich sehr beruhigend ist. Ich höre deine Stimme auch sehr gerne. So, jetzt aber auch genug mit den Komplimenten. Dafür sind wir auch nicht hier. Tatsache, ja. Ja, fürchterlich, fürchterlich sowas. Nettigkeiten, Nettigkeiten. Ja, willkommen zum zweiten Teil unserer Top Ten, sage ich immer. Aber ich sage, ja, eigentlich sind es nur die zehn Gründe für einen Rhodesian Ridgeback. Und nämlich ohne, dass wir sie geratet haben oder in irgendeine bestimmte Reihenfolge gebracht haben. Die ersten fünf haben wir genannt. Jetzt gehen wir auf den zweiten Teil, also unsere zweite Halbzeit. Und da beginnen wir doch einfach mal mit dem sechsten Sinn. Christine, was versteckt sich denn dahinter? Oh, das liebe ich sehr. Also das wäre im Ranking bei mir viel weiter oben. Ich, da gibt es ein Sprichwort, kriege ich das jetzt hin? Nein, kriege ich jetzt nicht hin. Müsste ich nochmal eben nachgucken. Googlen, ja, wie heißt es denn? Sag mal. Ich habe das auf der Homepage bei mir. Oh, okay, ja, sag das doch. Ich lasse das jetzt, glaube ich, einfach alles drin. Die Sprüche, die ändern sich immer. Ach, du änderst auf deiner Webseite auch was. Nee, nee, nee. Da ist so ein Zufallsgenerator. Und immer wenn du aufrufst, eine Seite ist unten halt ein Spruch. Und der ändert sich halt jedes Mal wieder. Ich kann dir halt nicht sagen, auf welcher Seite dieser Spruch steht. Aber wie, ganz unten ist der immer? Ja. Ach da, der Hund ist der Ehemann. Ah, okay, jedes Mal, wenn ich mich neu. Der Hund ist der sechste Sinn des Menschen. Oh, der ist auch schön. Steht das da? Ja. Nur der Hund ist der sechste Sinn des Menschen. Der Hund ist der sechste Sinn des Menschen. Und hier stehen auch viele, die ihr ganzes Leben der Liebe widmen. Mensch, wie viel hast du denn da? Ja, mega viele. Oder der ist auch geil. Hunde sind unsere Verbindung zum Paradies. Sie kennen das Böse nicht. Keine Eifersucht und keinen Unmut. Mit einem Hund an einem herrlichen Nachmittag auf einem Hügel zu sitzen ist, als sei man wieder im Garten Eden, wo Nichtstun nicht langweilig war, sondern Frieden. Von Milan Kundera ist das. Viele, die ihr ganzes Leben der Liebe widmen, können uns weniger über sie sagen. Wie fängt er denn an? Der Hund ist das Symbol der Treue? Nein. Ich habe große Achtung vor der Menschenkenntnis. Ja. Ja. Ja, da gibt es einen sehr schönen Spruch von, mein Gott. Von wem war es denn jetzt? Fürst Bismarck. Siehste, hatte ich doch, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, also, es gibt einen sehr schönen Spruch dazu, der lautet, ich habe große Achtung vor der Menschenkenntnis meines Hundes. Er ist schneller und gründlicher als ich. Fürst Bismarck hat das gesagt. Okay. Und ja, das sagt es aus. Also, das habe ich bei Briggs, habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich das in der letzten oder vorletzten, ich weiß nicht genau, dass ich das bei Briggs eben gelernt habe, dass wenn er skeptisch gegenüber Menschen ist oder unfreundlich, dass ich unbedingt mir das zu Herzen nehmen sollte, weil der immer recht hatte. Der hatte immer recht, ich weiß auch von einem Unternehmer, der seinen Rüden in Vorstellungsgespräche immer mitgenommen hat. Und wenn der Rüde jemanden nicht mochte, hat der den Job nicht gekriegt. Ey, das ist gar nicht doof. Das ist nicht doof. Nee, doof ist das nicht, aber das ist lustig. Weil, siehst du, auch Bismarck wusste das schon, ne? Ja, dieser sechste Sinn. Ähm, ich habe, also, mit allen hatte ich schon Situationen, wo ich eben dachte, oh mein Gott, woher haben die jetzt diese Eingebung oder wie konnten meine Hunde das jetzt wissen oder danke einfach, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt oder dass ihr dann neben mir standet. Und, ne, das war bei Briggs eben, der geschnallt hat, wenn Menschen gefährlich waren. Oder ich, ne, der hat mich ja vor einer gefährlichen Situation im Wald auch beschützt. Da weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn der nicht plötzlich dann bei mir gewesen wäre, wieder der Briggs, der im Unterholz vorher war. Oder an meiner Wohnungseingangstür gab es auch eine Situation, da weiß ich auch nicht, was passiert worden wäre, wenn Briggs nicht geschnallt hätte, dieser Mann, ähm, der will nichts Gutes und der wird keinen Fuß hier in diese Wohnung setzen. Ja. Und andere Situationen, auch wo ich das Gefühl habe, die machen mich jetzt, die machen mich auf was aufmerksam, damit ich mir wieder bewusst darüber werde. Ich will jetzt gar nicht so, das ist jetzt gerade sehr pauschal, ne? Nö, nicht unbedingt. Es ist halt auch schwer zu deuten, aber man, ich glaube, viele, viele von uns, die, ja, den, also ein Richback an ihrer Seite haben, glaube ich, können das schon nachvollziehen. Ich glaube, vieles hat auch mit dem inneren Gefühl zu tun. Das muss, glaube ich, gar nicht immer so, ähm, ja, so, so typisch markant ins Auge stechen irgendwie, sondern manchmal sind es, weiß ich nicht. Es ist auch vielleicht einfach ein Gefühl, so, dass man irgendwie, dass der Hund einem irgendwas sagt. Und da sind die sehr gut drin. Also diese Gefühle, diese Geschwingungen, äh, Schwingungen wahrzunehmen, da sind die wirklich sehr gut drin. Und auch, finde ich, davor entweder, ähm, dass, dass die einen aufmerksam machen vor solchen Situationen oder in solchen Situationen oder dass sie auch zu verstehen geben, dass die solchen Situationen ausweichen möchten. Ja, das ist aktiv, aber auch passiv so. Ich, ähm, finde, finde diesen sechsten Sinn. Bei mir prägt er sich mit, mit im Zusammenspiel mit, ähm, Parker halt eher so passiv aus, dass er eigentlich schon weiß, bevor ich wirklich wach bin und aufgestanden bin, ähm, wie ich so drauf bin. Also wie er so auf mich reagiert, wie er mich anschaut morgens, wenn ich aufwache. Ich meine, er hat, äh, schwere Zeiten mit mir mitgemacht. Und dass man, dass ich das ihm schon ansehe, ne? Dass ich weiß so, wie er auf mich reagiert, so, dann weiß er eigentlich schon, also heute bist du ja gut drauf, heute kann ich ein bisschen mehr von dir verlangen, so, und am nächsten Tag ist er irgendwie ein bisschen zurückhaltender, weil ich halt irgendwie auch Stress oder schlechtere Laune habe. Ich finde, das prägt sich, also das verstehe ich so jetzt unter sechsten Sinn. Erstmal primär bei ihm. Und würdest du sowas, was mir einfällt, da frage ich mich, ob das bei anderen Rassen auch so ist, das kann eine marginale, eine Kleinigkeit sein, die sich in der Wohnung verändert hat oder irgendwas Neues, was man mitgebracht hat. Also Beispiel, jetzt fällt einem natürlich nichts ein so oft, ne? Das ist immer das Problem, wenn man dann, wenn einem ein Gedankenblitz kommt und man dann nicht immer direkt ein Beispiel von Hunderten, die man eigentlich hat. Gehe ich mal davon aus, Parker war am Wochenende nicht da, er kommt auf den Sonntagabend wieder, am Wochenende war ich irgendwie unterwegs und ich habe beispielsweise ein Feuerzeug mitgebracht. So, und dieses Feuerzeug liegt jetzt auf dem Flur, auf dem Tisch. Wenn der Hund, wenn er reinkommt, dann garantiere ich dafür, dass er definitiv dieses Feuerzeug da liegen sieht, weil das das erste Mal in dieser Wohnung ist. Der ist so aufmerksam, so klitzend, deswegen meine ich das so, dieses Feuerzeug ist halt so eine marginale Veränderung und das fällt ihm auf und das finde ich so krass, das ist, das kann ich gar nicht beschreiben. Also das habe ich auch draußen, wenn wir draußen spazieren sind und die Sinna ist da von den Ritspeks, die ich bis jetzt, mit denen ich gelebt habe, am krassesten. Die nimmt auch sofort wahr, wenn da eine Veränderung ist. Zum Beispiel an der einen Wegeskreuzung lag letztens auf einmal nicht Baumstämme, das erkennst du sofort und das weiß die auch, dass da viel gefällt wird dann und hingelegt wird, aber dann hat da einer eine Tasche irgendwie liegen lassen zum Beispiel. Da liegt dann diese Tasche an der Wegeskreuzung und sie sieht dann auf Entfernung schon, da ist was, was da sonst nicht ist. Und dann nähert die sich diesem Gegenstand sehr aufmerksam und auch vorsichtig, geht immer näher dran und dann von der anderen Seite nochmal, bis sie dann irgendwann dran schnuppert, um zu wissen, alles klar, das ist jetzt das Ding und das tut uns nichts, wir können alle passieren, Leute, kommt. Und das ist kein Schiss dann, sondern das ist, ihr ist aufgefallen, hier ist was nicht, wie es sonst ist und sie muss das erst einmal eben abchecken gehen dann, für uns alle. Ja, aber das verstehe ich auch so. Da frage ich mich eben, das hat ja auch viel mit deren Nase zu tun, die nehmen ja so viele Gerüche auf, das kann man sich als Mensch, kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Da frage ich mich aber trotzdem, ob das bei anderen Rassen auch so ist oder so wäre, so, dass die so aufmerksam sind, dass die irgend so einen Sinn, so eine Aura noch mitschwingt, so ein extra Radar. Gibt es mit Sicherheit, gibt es da noch auch Rassen? Ja, ja, bestimmt. Also das, wie gesagt, dass das jetzt nicht der Exklusiv hat, ja, aber ob das bei allen so ist, weil ich traue das eigentlich erstmal allen Hunden zu, so, dass die eben so diese Sinneswahrnehmung haben, die bei uns Menschen schon seit Jahrhunderten nicht mehr vorhanden sind oder seit Jahrtausenden, so, dass die das halt eben noch, dass die das alle haben. Ich glaube schon, dass die bei uns Menschen auch vorhanden sind, nur wir haben uns immer weiter davon entfernt. Ja, ja, das meine ich ja. Ja. Genau, dass wir die halt einfach gar nicht, weil wir sie auch nicht mehr so wirklich brauchen. Aber ja. Dass man jemanden nicht riechen kann, kommt ja nicht von ungefähr halt, ne? Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, unser nächster Punkt, nämlich Punkt sechs, haben wir zusammengefasst unter Sensibilität oder Feinfühligkeit bei den Richbacks. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr deutlicher, sehr, sehr deutliches Alleinstellungsmerkmal beziehungsweise ein sehr, sehr deutlicher Charakterzug, den wir, glaube ich, als sehr, sehr lohnenswert ansehen. Mhm. Kann zwei Seiten auch wieder haben, ne? Wenn man nicht richtig mit umgeht, kann das ganz schnell ganz große Schwierigkeiten machen. Mhm. Wenn man aber vernünftig mit umgeht, dann finde ich auch, ist das auf jeden Fall ein guter Grund für ein Richback, dass die einfach so viel wahrnehmen und so sensibel sind in ihrer Wahrnehmung und in den Schwingungen, die irgendwo sind, untereinander und auch auf Menschen bezogen. Ja, also mir gefällt das halt sehr gut, dass sie, wenn man andere Menschen trifft, erstmal sehr zurückhaltend sind, also da auch sensibel ja drauf reagieren, auch erstmal gucken, nicht so, ja, auf die zugestürmt kommen und direkt sich so an die, wie soll man sagen, so an die ranzschmeißen, sondern da erstmal so mit einer gewissen Feinfühligkeit sich das anschauen. Oder halt das Beispiel, das ich mal gerne anführe, ist eben, wenn da eine Familie mit einem kleinen Kind ankommt, die aber sehr offen sind dafür und man das halt auch merkt, dass sie ihrem Kind, also die Familie ihrem Kind dann zeigen, so, ja, guck mal hier, ein Hund und die sich dann dafür interessieren. Ich die dann auch meistens dann in dem Moment frage, so, okay, ne, mal irgendwie streicheln oder anfassen oder so und man halt sieht, dass diese Hunde einfach dann auch drei Gänge zurückschalten, ne, und dann halt wissen, ah, okay, hier irgendwie ein kleiner Mensch, seltsam, ist irgendwie so, so klein und dann auch sehr, sehr sensibel und sehr, sehr vorsichtig sind, so, und sich dann auch streichen lassen, stehen bleiben und das finde ich irgendwie auch immer sehr rührend und irgendwie sehr, sehr schön. Und auch beeindruckend, dass wenn ein kleines Kind einen von meinen Hunden an der Leine hat, wie behutsam die dann auch laufen und dann gibt's nicht mal eben den Abstecher nach links, weil da was gut riecht oder so, da, also, als ob die sich bewusst darüber sind, dass wenn die jetzt einmal zu sehr in eine Leine gehen, dass dieses Kind dann da hinfallen wird, als ob die das wissen. Ja. Ja. Dann vielleicht sollte man Leinenführigkeit nur mit kleinen Kindern üben, ich weiß nicht. Nein, das war ein Scherz, Leute. Aber das ist, äh, das, die Hunde Kinder lieben, das ist mir schon aufgefallen, also meine lieben alle Kinder, das, äh, finde ich auch ein Phänomen. Und, ähm, ja, wie behutsam die einfach damit umgehen und wie sensibel. Ja. Aber auch das, was ich schon erwähnt hatte, wenn ich krank bin zum Beispiel, wie, dass die das sofort schnallen und bei mir dann liegen bleiben und, und nicht da durch die Bude rennen und sagen, jetzt lass uns endlich mal spazieren gehen oder jetzt kommen, sondern dass sie sich einfach dazulegen, dass sie schnallen, oh, da geht's nicht gut und komm, jetzt, Rudel legt sich jetzt da zusammen hin und wir genesen. Ja, ja, das finde ich halt auch, also dieses, dieses, also, aber wie du schon sagst, das kann auch zwei Seiten haben, weil auf der anderen Seite ist das halt auch so, wenn ich irgendwie auf dem Sofa sitze und ein Kumpel da ist oder so und wir gucken halt irgendwie einen Film oder was weiß ich was und es, ne, man, man, ähm, schreit dann mal irgendwie oder lacht laut oder so, dass, ähm, ich dann bei Parker das halt auch schon feststelle, dass er dann auf einmal so aus seinem Körbchen aufsteht und so und uns dann halt so anguckt und man dann ihm schon sagen muss, ey, es ging gar nicht um dich, ne, also dass er so irgendwie dann so, oh Gott, mein Gott, was ist jetzt passiert, ne, so völlig schockiert auf einmal und ich mal denke, ey, Digga, beruhig dich, alles gut, du bist hier überhaupt nicht, du bist überhaupt nicht gemeint, also, ähm, ja, also das ist dann halt auch immer so ein bisschen die andere, ähm, die andere Seite der Medaille oder darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, äh, in einer der vorangegangenen Folgen eben auch diese Thematik, wenn man sich mal, wenn man mal aneckt, dass sie dann eben auch irgendwie so diese gewisse, ähm, also dass sie auf eine gewisse Art und Weise nachtragend sind und diese Sensibilität dann halt auch dazu führt, dass sie einem dann mal die kalte Schulter zeigen, ne, das muss man halt auch deutlich sagen, aber ja, Punkt Nummer sieben, darunter haben wir, ähm, die Kommunikation beziehungsweise die Deutlichkeit in der Kommunikation, ähm, zum Menschen, äh, vermerkt. Ja, das ist einfach krass, finde ich, wie deutlich die auch uns Menschen sagen können, was die wollen, was gerade los ist mit denen, also, wer einen Ritschbeck nicht versteht in seiner Körpersprache, der hat sie ihm entweder abtrainiert vorher und entweder durfte der Ritschbeck sich dann nie äußern und hat da Ärger für gekriegt, ähm, oder der Mensch sieht einfach nicht, weil das finde ich einfach so faszinierend, wie die kommunizieren und, und wie die uns klar machen, was sie jetzt gerade in der Situation von uns wollen, wenn sie da, wenn sie was wollen halt, ne? Hast du, hast du dafür, ähm, ein Beispiel? Ja, Anjango zum Beispiel, der ist, ähm, der, der wird gerne zugedeckt, der ist auch ein Meister da drin, sich selber zuzudecken, aber wenn ich halt da bin, ist es ja ganz angenehm, wenn ich das übernehme, ne? Hör dir das mal an, Parker, das solltest du auch langsamer können, dich selbst zudecken. Ja, aber wie gesagt, wenn ich dabei bin, dann fordert er das von mir ein, ne? Dann liegt er, ähm, in seinem Hundebett und dann, erst mal guckt er dann, ne? Erst guckt er mich an. Irgendwann merkt man ja, wenn der Hund einen anguckt, so. Weil so ein bisschen Sensibilität haben wir anscheinend doch auch noch, wir Menschen, ne? Und dann gucke ich da halt hin und dann kommt sofort die Route dann zum Einsatz. Kurz, äh, wenn ich nicht gucke, wenn, wenn gerade im Fernsehen irgendwas so Spannendes ist und ich nicht gucke, dann kommt die Route auch schon vorher. Die klopft ja dann so, dung, 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 ne? Ja, 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 mega laut. Spätestens dann weißt du ja, hör, was ist los, oh, ne? Ja, da ist irgendein Signal. Und dann guckt er mich ganz aufgeregt an und dann macht er manchmal noch ein Geräusch dabei, ne? Irgendwann, boah, das kann ich jetzt ganz schwer nur nachmachen. Okay, das lassen wir an dieser Stelle lieber. Ja, aber dann kommt so ein Geräusch, dass ich weiß, er will jetzt was, er fordert mich jetzt auf. Mittlerweile weiß ich halt, wenn er da in seinem Hundebett liegt und das macht, der will zugedeckt werden. Dann decke ich ihn zu. Ja, aber woher weißt du das, dass er zugedeckt werden will? Weil ich das ausprobiert habe dann irgendwann. Ich bin dann aufgestellt, willst du raus oder was? Als das das erste Mal war, dann habe ich halt geguckt, was willst du? Willst du raus? Musst du pinkeln oder was willst du? Und dann habe ich ihn zugedeckt und dann war er happy und dann wusste ich alles klar, er wollte zugedeckt werden. Von daher weiß ich, wenn er das in seinem Hundebett macht und wir sind alle schon zur Ruhe gekommen, dann will er einfach nur die Decke. Dann ist er glücklich. Dann gibt es aber auch Situationen, manchmal denkt Anjango, es ist jetzt Zeit für ein Stückchen Rinderlunge. Der hat gerne Nachtisch, wenn er gegessen hat. Das habe ich nicht eingeführt. Viele Grüße ins Urlaubsparadies. Und dann auf jeden Fall kommt er dann zu mir, macht da sein Geräusch, stellt sich vor mir hin, macht sein Geräusch, wedelt mit dem Schwanz, macht manchmal noch eine Spielaufforderung, so von wegen, komm, beweg dich. Dann stehe ich auf, das sieht keiner. Ja, Entschuldigung, ich meine, ich muss ja nicht, wie der letzte Assi hier. Dann stehe ich auf und er geht vorweg und geht in eine Küche mit mir und dann stellt er sich vor den Schrank, wo oben drauf die Lungenleckerlis liegen und sagt mir, da, das will ich. Und dann weiß ich, was er will. Was gibt es noch für Situationen? Es gibt wirklich mehrere Situationen. Das regt mich gerade zum Nachdenken an, weil Parker das manchmal, also wirklich äußerst selten, aber dass das auch mal passiert, dass er dann, also das ist halt so witzig, wenn ich auf dem Sofa liege, dann steht vor mir als Tisch, ist das so eine Kiste. Und das ist genau der Winkel, wenn ich auf dem Sofa so liege, in meiner nerdigen Stellung, dann sehe ich immer nur die Augen über die Kiste gucken in den Winkel. Ja, geil. Dann sehe ich nur diese Augen und dann gucke ich ihn halt an, er guckt mich an und dann geht halt auch die Route und dann frage ich mich immer, was so, okay, what the hell? Dann denke ich halt auch, vielleicht musst du raus, so kann das irgendwie sein, aber nee, dafür bist du nicht unruhig genug, dann check ich es halt einfach auch nicht. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren mit dem Zudecken. Und manchmal, oder das, das denke ich immer, damit will er mir irgendwas sagen, aber ich habe noch nicht rausgefunden, was es ist, wirft er den Kopf immer so zurück. So nach dem Motto, so komm her, hier. Und das war, das habe ich bisher noch nicht rausgefunden, was das bedeutet, wenn er so den Kopf immer so in den Nacken wirft, so, das hat, irgendwas will er mir sagen, aber ich weiß nicht, was es ist. Das, das weiß ich nicht. Aber ja. Also Anjango zeigt mir zum Beispiel auch, wenn er am Rücken gekratzt werden will oder so, ne? Ja, ey, der ist der Wahnsinn, wirklich. Anjango ist so deutlich, das ist schon krass. Also bei den anderen gibt es auch solche Situationen, aber Anjango ist da schon, und Brex war auch, der war da auch sehr deutlich. Die anderen sind auch deutlich, aber Anjango spricht halt noch viel mehr mit mir oder kommuniziert in dieser Art und Weise noch viel, viel mehr mit mir. Ja, aber du bist da auch Benchmark, das muss ich auch sagen. Oh, was? Was meinst du? Benchmark? Ja, du bist da einfach so nochmal ein anderes Level. Also ich bilde mir ja auch schon ein, dass ich irgendwie, also sehr viel Rücksicht auf den Park annehme, beziehungsweise da auch genauer drauf achte, was bei ihm so passiert, was er mir sagen will. Aber ich glaube, bei dir ist das nochmal ein anderes Level. Du bist da irgendwie noch mehr Intuit, so was das angeht. Intuitiv. Oh Mann, ey, Christina hat heute Morgen auch Clown Flakes gegessen. Das war der Salat. Finde ich gerade vorher noch. Richtig on fire hier heute, geil. Aber ja, das glaube ich einfach. Also du bist da, da kann man sich eben schon auch nochmal ein bisschen was von abschauen. Du bist da irgendwie noch sensibler gepolt so auf die Tiere. Du kannst das irgendwie noch ein bisschen besser lesen. Weiß ich nicht. Na doch, würde ich schon sagen. Aber ja, unser letzter, beziehungsweise vorletzter Punkt. Moment mal kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Aber es fehlt doch einen neuen. Wo habe ich denn hier eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Ah, zweimal fünf. Kann ich, kann ich richtig zählen. So, perfekt. Unser vorletzter Punkt ist das Thema Beschützerinstinkt. Und das, ich weiß, dass der Rhodesian Ridgeback eine territoriale Aggression hat. Also ich kann mit dem am Kanal spazieren gehen bei uns, kilometerweise an anderen Hunden vorbei. Ist ja alles schnurz. Aber sobald wir stehen bleiben, und das hat der Rütter schon mal in irgendeinem von seinem Stand-up-Versuchen mal erzählt, glaubt er, ihm gehört halt die ganze Welt oder zumindest die 100 Quadratmeter erstmal, auf dem er dann steht. Und das ist halt auch so. Da achtet er dann schon sehr genau drauf. Das waren auch so meine ersten Learnings. Weil wenn man natürlich so einen Hund bekommt, gibt es für mich, finde ich, zwei ganz prägende Momente. Das ist das erste Mal, wenn du deinen Welpen draußen von alleine lässt. Das, finde ich, ist ein Moment, den vergisst man irgendwie nicht, weil man irgendwie Angst hat. So, okay, was passiert jetzt, ne? Jetzt kann er direkt die Pfoten in die Hand nehmen und in eine Richtung abmarschieren und siehst du ihn nie wieder. Und der Moment, an dem er das erste Mal böse wird. Wo du das erste Mal deinen Hund von einer anderen Perspektive siehst. So, und die haben sich schon, die haben sich schon eingebrannt. Und das musste ich halt auch lernen, ne? Dass das dann einen auf den anderen Tag, ich weiß nicht, wie alt er war, eineinhalb, zwei, zweieinhalb Jahre oder so, wo er dann das erste Mal wirklich mal ausgetickt ist, ne? Und das halt aus einem nichtigen Grund, weil er dann eben dieses pubertäre Gehabe, oh ja, ich weiß ja, anscheinend bin ich ja nicht so klein und so und hab ja auch Kraft. Und dann mal eine Ansage verteilt, an der Leine, Zähne fletscht, auf einen anderen Hund vielleicht auch mal so zuspringen, auch wenn es vielleicht gar nicht so böse gemeint ist, aber mal testen. Und da habe ich das dann schon gemerkt. Aber ich, Gott sei Dank, hatte noch nie eben so eine brisante Situation, wo es jetzt um mich geht, dass ich halt irgendwie Probleme hätte bekommen können, dass mein Hund und Park auch noch dabei gewesen wäre, dass mein Hund mich verteidigen hätte müssen. Deswegen kann ich das bei Parkers friedvollen Wesen gar nicht einschätzen, ob das bei ihm so verankert ist. Das weiß ich nicht. Oder ob er checkt, dass wenn jemand vor der Tür steht, der immer nicht der Pizzabote oder der Postbote ist, wo ich nicht möchte, dass er rein will, ob er das versteht. Das glaube ich mit Sicherheit. Das glaube ich, bin ich überzeugt. Weil der Parker riechen kann, mit was für einem Adrenalineinschub jemand da steht. Und Menschen, die was Böses im Sinn haben, die haben andere, da sind andere Hormone im Körper unterwegs. Und die Hunde, die schnallen das. Bin ich überzeugt. Und ich habe bei Gaia zum Beispiel, habe ich anfangs auch gedacht, oh Gott, die wird ja, wenn irgendwas sein sollte, die wird sich hinter mir verstecken wahrscheinlich. Am Anfang, als sie noch klein war. Und dann war die ein halbes, dreiviertel Jahr alt und es gab halt eine Situation. Und da wusste ich, da habe ich die Gaia dann gesehen. Und da wusste ich, eigentlich wollte sie Briggs beschützen und nicht mich. Aber Briggs war ja eigentlich ihr Beschützer. Aber sie hat gemerkt, oh, da ist jemand nicht ganz freundlich zu Briggs und hat sich dazwischen gestellt. Und das war eine ausgewachsene Ritschbeck-Hündin, die nicht ohne war. Briggs hat die bezirzt und die Hündin hat sehr deutlich ihm zu verstehen gegeben, lass mich in Ruhe. Und dann hat Gaia ihr gesagt, ey, mach meinen Kumpel da nicht an. Aber wie? Und da ab dem Zeitpunkt wusste ich, die wird sich in eine Bresche schmeißen, wenn die Situation so ist. Das wird die tun. Und seitdem glaube ich das auch von allen. Anjango sowieso. Anjango ist ja unser Aufpasser. Der lebt ja nur mit uns Mädels zusammen. Und der hat sich die Aufgabe ausgesucht, dass er unser Aufpasser ist. Er ist glücklicherweise ein sehr, sehr entspannter Aufpasser auch. Also ich habe keine Probleme dadurch mit ihm. Aber ich weiß auch, in meinen Garten wird keiner freiwillig kommen. Und auch nicht in meine Wohnung. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn man alleine wohnt als Frau. Und da hatte ich auch keine brenzligen Situationen. Ich hatte schon wohl einmal die Situation, dass ein Mann einfach reinmarschiert gekommen ist. Der sagte, dass er sich mit Hunden auskenne. Und er wüsste ganz genau, wie man mit denen umgehe. Und der ist einfach durchmarschiert. Ich habe die Tür geöffnet und der ist einfach sehr energisch in die Wohnung reinmarschiert gekommen. Da war Anjango nicht einverstanden, kann ich nur sagen. Und das hat er ja auch richtig gemacht. Er konnte ja vorher nicht wissen, was ist das jetzt für eine Situation. Ich war selber sehr überrascht und war selbst erschrocken, was da gerade abging. Und da hat Anjango deutlich Bescheid gesagt. So nicht hier. Ja, das ist gut. Also ich finde auch, dass das ein Merkmal jetzt ist, wo ich finde, dass das auch in der heutigen Zeit eigentlich schön ist, dass man das weiß von seinem Tier. Aber das hat natürlich auch, wie vieles von dem, was wir jetzt genannt haben, natürlich auch immer ein Für und Wider. Man muss natürlich auch aufpassen, dass der Hund nicht sich den Job aussucht nach dem Motto, ich führe das ganze Rudel an. Weil dann wird es natürlich sehr unangenehm, wenn man sich vorstellt, Freunde kommen vorbei oder so und das auf einmal, die werden nicht mehr geduldet. Oder der eigene Partner beispielsweise auf dem Sofa oder im Bett oder ähnliches. Da muss man natürlich auch ein schmaler Grad. Wobei, da muss ich ja dann auch wieder sagen, was ist mit dem Partner los? Ja, wenn der Hund funktioniert, meine ich jetzt. Aber ansonsten ist das ein Problem, auf jeden Fall. Genau, das muss man dann natürlich schon erwähnen. Aber ja, ich gehe da auch von aus, dass das bei Parker so wäre. Aber man kann das manchmal, wenn wir unsere Hunde so sehen, die unter den Decken liegen, die vor Regen fliehen, die, keine Ahnung, halt immer so sehr treu, entspannt und sowas wirken, kann man sich das teilweise erstmal schwer vorstellen. Aber das ist ja eigentlich auch das Gute dran, wenn man es bisher auch noch nicht so eine Situation hatte. Das muss man sagen. Aber ich gehe davon auch aus. Ja, last but not least, der letzte Punkt. Und jetzt wird es ganz spannend. Aber wir können ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch nicht aus unserer Haut. Es ist ja eigentlich klar, was wir jetzt hier noch als letzten Punkt haben. Und das ist natürlich das Thema Schönheit. Es ist halt einfach ein schönes Ziel. Oh mein Gott, sind die schön, ne? Ein bisschen Oberflächlichkeit muss auch sein. Man muss es einfach sagen, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal so eine Ode da drüber gehalten und gesagt, dass ich das heute immer noch, wenn ich daran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Wie schön ich das finde, wenn Parker neben mir bei Fuß geht und ich von oben so auf ihn runtergucke und dann so seinen Rücken sehe und wie er sich dann da so ganz geschmeidig wie so eine Katze neben mir seinen Weg bahnt. Es ist halt einfach, es ist halt einfach ein unglaublich erhabenes und schönes Tier. Das muss man einfach auch sagen, wie es ist. Und auch wenn man zwei, drei, vier hat, das ist, boah, wenn ich mit allen vieren unterwegs bin und die laufen vor mir her, ich könnte die ganze Zeit Fotos schießen. Und man sieht sie nur von hinten, aber schon das ist einfach so ein beeindruckendes Bild. Und von vorne dann natürlich noch viel mehr. Es ist einfach, sie sind echt schöne Tiere. Nur an die, die jetzt noch keinen Ritschbeck haben und überlegen, das sollte bitte auf gar keinen Fall der Grund sein, sich diesen Hund anzuschaffen. Auf gar keinen Fall. Ja, absolut. Also sage ich auch, wie oft, das habe ich ja schon mehrfach gesagt und es ist mir einfach auch verdammt unangenehm, aber wenn man mit ihm durch die Stadt geht oder so, wie oft ich halt einfach dann immer höre, oh, ist das ein schöner Hund, ist das ein schönes Tier. Und wenn ich dann mal mehr angesprochen werde da drauf, so zum Thema Rasse oder so, wo man dann schon weiß, so das sind so Menschen, ah, das ist ein ganz, ganz schöner Hund und wir überlegen vielleicht einen Hund zu holen und das wäre ja einfach dann, der würde ja zu uns passen. Dann sage ich denen auch schon, ey, also dann führe ich die anderen Punkte auf jeden Fall auch noch an und sage denen auch, ach, ey, das ist kein Hund, der gefallen will. Also das ist schon erziehungstechnisch eine Herausforderung. Also das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, darf man auch mal in Schwärm kommen, darf man auch irgendwie stolz darauf sein, so einen Partner an seiner Seite zu haben, so ein schönes Tier irgendwie sein eigen zu nennen. Und egal, ob Red Wheaton oder Wheaton oder welche Farbgebung sie auch immer haben, es sind einfach irgendwie schöne, schöne Hunde. Oh ja, ja. Ja, in dem Sinne sind wir durch. Ich hoffe, euch hat unsere kleine Zusammenstellung unserer Top 10 gefallen zum Thema, warum ein Rhodesian Ridgeback und was für uns, ja, welche Merkmale für uns da eigentlich auch ausschlaggebend sind, warum man sich für so ein Tier entscheiden könnte. Ich denke, da wird es diverse Meinungen geben. Also lasst uns das doch einfach gerne wissen unter unseren diversen Instagram-Posts oder aber auch in einer Direktnachricht an uns. Die lesen wir natürlich. Die meisten von euch wissen das ja auch. Da sind wir auch immer sehr bemüht zu antworten und uns zurückzumelden. Und ihr könnt uns natürlich auch folgen. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns ein Abo dalasst auf Spotify oder auf Apple oder uns eine Bewertung schreibt. Das hilft uns und dem Podcast natürlich auch, dass er mehr gesehen wird. Da würden wir uns sehr freuen. Und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, weil was wir hier machen, ist natürlich auch immer ein bisschen Aufwand. Christine fährt viel durchs Münsterland, reist viele Kilometer ab. Es ist natürlich ein Herzensprojekt, aber dennoch, damit wir es auch weiterführen können, damit wir vielleicht auch mal Gäste einladen können und uns auch immer weiter verbessern können, wäre es einfach schön, Wenn ihr uns vielleicht ein wenig supportet und das könnt ihr über Steady, das findet ihr in unserer Folgenbeschreibung oder auch in unserer Profilbeschreibung bei Instagram. Also, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Spaziergang und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.